Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Mario Golf Super Rush. Ihr seht schon, der Dorian alias Karge ist wieder mit am Start. Wir haben wieder ganz normal Standard-Golf-Lochspiel gleichzeitig und Mi-Charaktere nicht zulassen. Und willst du nicht beginnen drücken? Okay. Hallo. So, oh, wen hatte ich denn beim letzten Mal? Ich glaube, Boo hatte ich und der andere weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Du nimmst Mario, dann nehme ich Wario. So, wir hatten Rookie-Kurs und Grünbüschel. Dann geht es jetzt nach Schroffstein, oder? Ja, klar. Hast du jedenfalls trainiert? Ich hatte die Woche was anderes zu tun. Startloch machen wir die 1. Standardabschlag. Wind machen wir wieder normal, ne? Spezialschläge. Machen wir aus, oder ein, oder? Machen wir aus. Machen wir aus. Okay. So. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Ah, so. Ja, also es zählt nicht die Anzahl der Schläge, sondern wer das Loch gewinnt. Also es zählt schon die Anzahl der Schläge, aber nicht zum finalen Schluss, sondern halt die Anzahl zum Schluss, wer halt gewonnen hat. Auch wieder 204 Meter. Stopp, 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 stopp. Nein! Ah, Schmutz. Mist. Na gut, gerettet ist leider nicht perfekt. Ah, ganz leichter Gegenwind. Ganz leichter Gegenwind, habe ich noch gesagt. Und ja, naja, gut. Da bist du auch auf dem Grün. Ja, hätte es trotzdem besser sein können. Oh, schön. Ach, danke. Tja. So kann es kommen. Da freut man sich noch, ne? Und dann sowas. Ich glaube, die habe ich noch nie im Standard-Variante gespielt. Ey, das ist ja dieses, im Einzelplayer dieses Cross-Root-Golf. Na ja, ja. Ich das hier gerade mal voll nicht abschätzen kann, ne? Ist das da jetzt unten oder ist das da oben? Ah, der kam ein bisschen zu doof. Hätte besser landen können. Mist. Oh, der wird fies. Ja. Du hast es jedenfalls auch versemmelt. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Nein! Ach, komm! Punkte, Jackpot, schon wieder. Nein! Da kannst du jetzt mit dem nächsten Loch in Führung gehen, ne? Ach, du musst es aber ja auch erstmal gewinnen. Ich sagte ja, du kannst, ne? Also von dem her. Alles ist offen. Ah, ich bin unentschlossen. Oh! Könnt daran vorbeischlagen. Und es hat sogar funktioniert. Ja, ein schöner Schlag war das. So, jetzt habe ich ganz starken Rechtswind. Ah, Schmutz. Ah, es war zu doll. Okay, geht. Und wieder Punkte, Jackpotter. Ja. Leider ja. Fuck, das war dumm. Wir haben Rückenwind, ne? Scheiß. Dreck. Okay, ich habe eigentlich relativ gut gepunktet, würde ich mal sagen. Uh, der ist gut, der ist gut. Wo schlägst du denn hin? Gegen eine Wolke. Gut, dann mache ich jetzt erstmal mein Patzen-Birdie. Äh. Äh. Der war zu doll, der war zu doll. Oh, er ist drin. Ah, da kriege ich jetzt ganz viele Pünktchen. Ja. So mag ich das. Das Gute ist ja jetzt für dich, du kannst jetzt rein theoretisch ein bisschen trainieren, brauchst dir keine Sorgen machen, kannst es ein bisschen übertreiben. Und er macht es auch. Definitiv macht er es auch. Ist kein Ding. Die Punkte nehme ich doch gerne alle. Aber wir wissen, noch ist der Drops nicht gelutscht. Oh, nee, nee, nee. Bitte bleib vorher liegen, bitte bleib vorher liegen. Ich habe dich extra so positioniert, das. Ja, wunderbar. Ich war mir nicht sicher wegen dem Berg, deswegen habe ich mehr nach links gespielt und mit weniger Power. Ja. Ja. Dass du da wirklich das Risiko eingegangen bist. Respekt dafür. Alter, der Wind ist manchmal echt so krass. Was? Oh, Mann. Ja, ist klar. Du bleibst da liegen, ne? Genau. Am Hang, ne? Das ist ja auch. Ja, ich ja auch. Falls es dir nicht auffällt. Ja. Nur so ganz nebenbei angemerkt, ne? Ja, ja, ja. Nein. Nein, mehr Power. Hier Schläger. Ah, schön, du auch. Ah, puh. Wieder ein Jackpot. Ja. Wieder ein Punkte-Jackpot. Ein paar Dreiloche mit Rückenwind. In diesen blöden Wirbeln. Und? Hmm. Nein, nein, nein. Nicht jetzt wirbeln, danke. Ah, ich hätte wirklich mehr nach rechts gekonnt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön. Birdie, baby. Da musst du jetzt aber echt punkten, wenn du das haben möchtest. Äh. Hast du jetzt echt versucht zu putten mit dem? Da fühlt mir ja nichts anderes übrig. Na doch, du hättest doch den Schläger wechseln können. Äh, ich hab ja den Schläger gewechselt. Ach, der Pud, das war doch ein viel zu langer Pud. Hat aber auch schon mal funktioniert. Boah. Aber ich muss ja machen, du hast mir zwei eingeloggt und ich wäre ja ansonsten mit dem zweiten maximal aufs Grün gekommen. Ja, ne, du hättest ja auch Chip einlochen können. Das wäre ja auch noch möglich gewesen. Ja, das ist aber eher unwahrscheinlich. Ach komm, zweimal hatte ich's schon. Ich bin weg, bin weg, bin weg, bin weg. Nein, 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 nein Auf den Brünen. Packt zum Birdie. Okay. Schönes Birdie. Birdie. Ich finde, man kann das mit dem Wind extrem schwer einschätzen. Ja, da gibt es Golfspüle, die sind besser. Na ja. Es ist aber Zeit, dass ich auch mal ein Loch gewinne. Sonst wird er schon ein bisschen arm. Ach, dabei sein ist alles. Ich bin überlegen, links lang zu gehen. Aber was habe ich davon? Oh, noch mit Gegenwind. Aber richtig getimt. Das ist gut. Leichter Gegenwind. Das heißt also leicht so. Hm. Schön, jetzt stehen wir ineinander. Irritiert überhaupt nicht. Ja. Hier Schläge. Okay, jetzt muss ich gleich setzen. Jetzt bergauf ein bisschen nach rechts. Nein! Oh, wie bitter. Bitter ist lustig, ja. Oh. Der war jetzt echt böse. Oh. Weiß nicht, ob ich sagen soll, unverdient oder? Ach komm, einen Ehrenpunkt wirst du mir doch gönnen. Ja, aber dann heißt es nachher, den hast du ihm wirklich nur gegönnt und nicht, den hat er sich wirklich erkämpft. Und das, Leute, kann ich euch sagen, das ist definitiv der Fall, also, dass er sich den erkämpft. Klar, Spaß ist alles, aber ich möchte auch nicht, dass es hier aussieht, als ob, äh, ne. Ja, Wind, ein bisschen mehr nach rechts. Steht Wind von links und er fliegt trotzdem so weit nach rechts. Oder mehr oder weniger geradeaus. Ja. Und der ist ja jetzt... Ach, verdammt. Nein, theoretisch würde ich sagen, leicht mittig, aber... Okay, das ist gut. Also relativ gut. Wenn ich es jetzt verbocke, dann, äh, ist es natürlich ärgerlich. Gut. Punkte, Jackpot. Kann ich mitleben. Risiko. Okay, zwei, eins, Risiko. Komm, komm, bitte, 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 du musst funktionieren. Nein, nicht im Rav. Oh, tiefes Rav auch noch. Ach, Mann. So ein Schmutz. Oh. Mit dem Schlag bin ich mehr als zufrieden. Gut gerettet, hä? Nur auf dem Grün. Schade. Oh, Mann. Das gibt's ein Pott. Das ist ein Witz. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Nintendo. Ich fühl mich verarscht. Oh. Ciao. Fünf Schläge. Oh, Mann. Du musst mehr nach links. Mehr nach links. Noch viel, viel mehr nach links. Ups, ich hätte ihm sogar noch geholfen. Verdammt. Ja, auch wieder. Punkteteilung. Oh, Mann, Leute. Wie auf das im Jackpot landet. Ey, dass ich das jetzt mache. Nein, nicht in den Baum. Nicht in den Baum. Natürlich in den Baum. Aber kann ich mitleben. Ja, gegenwind auch noch. Ich fand da gerade... Wir sind gegenwind von rechts. Das heißt, so. Chip eingeloggt. Rock'n'Roll, Baby. Rock'n'Roll. Haha. Ich sagte doch, das kriegt man hin. Wenn man will. Ach, schön. War das schon Ende? War das schon neun? Waren das schon 18 Löcher? Nee. Nee, das waren doch erst neun. Aber ich habe doch 18 eingestellt gehabt. Das waren elf Löcher. Ach, das kann sein. Ich kann nicht mehr gewinnen. Und dann wird das Lochspiel beendet. Ach, so. Tja, Leute. So schnell kann es gehen. Haben wir gar nicht die gesamte Strecke gesehen. Naja. Dann, ja. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sag bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.